Und trotzdem haben wir nicht den Erfolg freigeschaltet, Mann, ey. Mag ich mal das Medikriter nicht aufnehmen? Entschuldige, ich bin gerade das dazu gestoßen. Mausrad nicht, so, jetzt aber. Ich scheinbar soll sich auch heilen, Bob, du dich auch. Bin schon dabei, ich glaube, vor der nächsten Session oder so kaufe ich mir endlich auch mal eine neue Maus. Irgendwie macht mir eine Maus nicht mehr. Also wirst du morgen einkaufen? Ach, morgen ist ja verkaufsoffener Sonntag, stimmt ja. Echt? Ja, zumindest bei uns in Berlin ist ab und an mal hochverkauft. Also, wobei er, glaube, am Tag der Arbeit, also ersten Mal ja zu war. Deswegen denke ich mal sonntags jetzt dafür auch. Wow, wo kommt der denn noch bei Maia? Ach, ich bin doch hier die Axt, ich spar mir die nicht so nach dem Unfall. Und er natürlich wieder mit der Bratpfanne, der macht. Nee, ist aber. Einfach rumfuchteln, wenn man was trifft, dann ist toll, wenn nicht, dann ist... Ja, aber es ist gewollt, ne? Jetzt ist boing, boing. So viele Bratenlust, die können wir doch gar nicht essen, wie ihr brät. Bratet, brätet, brotet. Hallo, ich will da durch. Oh, könnte man ihm halt mal ein Stückchen abschneiden von den nächsten Vieh? Hm, okay. Auf mir. Recht Glück, danke. Nein, wir können auch, wenn wir Bratwarn direkt zuschlagen. Nein, 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 nein Ich nehm die Pillen hier. Du nimmst also die Pille, aha. Achtung! Auf dem Dach gibt's Muni. Jo, und ne Shotgun. Und ne Pistole. Zeig ich mir trotzdem, wo sehe ich die oder nicht? Wenn der Kettensäge leer wird. Und ich glaub wir müssen da lang. Wo? Oh geil, die Combat Shotgun, die will ich haben. Ja, die ist cool. Die benutze ich eigentlich immer sehr gerne. Gut, dann wollen wir runter und weiter. Jo, los. Die ist die Finder Tactical. Gut, weiter. Wo lang, Leute? Hier, die Straße hoch. Die Straße hoch? Hier! Hier ist Splitter. Irgendwo ist ein Splitter. Au! Au! Hier ist ein Smoker. Taking fire need assistance. Und ein Charger. Oh, er hat mich! Yeah! Du wolltest doch ein großes Stück, oder Chunk? Danke. Aus der Schulter? Aus einem wunderschönen Blattsalat. Mmh. Ih, Salat. Oh! Taika-Fahn! Ah, ich... Okay. Ah, ich okay. Äh, äh... Ich hab das Gefühl... Ich hab ne Villa gefunden. Luigi's Mansion? Jo, schaut schon aus. Ich brauch nen Schlaubsauger. Och! Ein Klo! Reht mich auf. Abgeschlossen. Verdammt! Wer ist da drin? Komm raus, du Sau! Mit der oben den Händen! Luigi, mach die hier auf! Mama Mia! Wow! Ich hab weh geputzt! Das ist ein Handwort! Danke schön! Bob, kommst du? Jo! Irgendwo ist ein Smoker! Ich bin im Haus! Rein, rein, rein Bob, rein Bob! Ich will rein! Lass mich rein! Ich mag noch nicht da runter! Ich hab kaum noch Energie hier! Aber kommst du nicht rein! Waaah! Gott! Mama Mia! Der Smoker hat echt mal wieder seine Zunge um mich gelegt. Ich kümmer's da auf. Hier ein Boomer-Kotche? Ich glaub ich hab irgendwas Großes gleich noch. Leute, ganz ehrlich. Da soll natürlich auch irgendwo mal ein großes Medi-Pack liegen. Medi-Packs! Medi-Packs! Wo? Hier, bei mir! Schnapp mir ein Schuss! Mensch, jetzt lass mich hier ran! Gib mir Deckung! Muss mich verabschieden! Mhm! Danke! Schon viel besser! Ah, herrlich! Ah, ist das geil! Frisch gewickelt fühlt sich's auch am schönsten! Mhm! Ui! Wo kommst du denn her? Da stand da einfach! Noch! Ich lass mich mich kriegen! Nee, hier geht's runter! Alles klar! Hörrrrrr! Okay! Das Zimmer ist schon mal... Come in and fall down! Oh nein! Hup! Na, ist das! Survival! Du weißt noch! Ach, das ist das, was ich verstehe! Rufen Sie ein Boot zu Hilfe! Okay! Uh, Verbandszeug! Meins! Da drüben ist noch eins! Jo! Schnapp dir das Verbandszeug hier drüben! Die unten! Ja! Hab ich die unten nicht geschnappt? Oh, geil! Das bringt nicht so viel! Ey, pass auf! Das Ding überhitzt doch sehr schnell! Wir müssen von irgendwo her ein Boot rufen! Ja, von nach unten! Wie sagt es nur, wie kommen die runter? Aber wenn ich hier runter springe, dann tut's weh! Ja, dann müssen wir vielleicht... Warte mal, hier gab's doch eine Treppe nach unten! Ja! Hier! Tracer, hier drüben! Ich bin schon auf dem Weg! Ich bin schon auf dem Weg! Ich komm mit dir! Geht drauf! Aber da war auch, wie wir denken, die Tür aufzumachen! Ich mach's einfach! Hallo! Und ganz schön! Boot klingeln! Hier geht auch Mundi, ne? Was, 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 was da? Wir sind Waffen! Gut! Schade, dass es eigentlich kein, dass es an sich kein Benzin für die Kettenseele gibt! Das ist erst im zweiten Spiel, das weißt du doch! Ja, ich antworte dir, Virtual! Was sagt der so? Virtual kommt dann! Wollen wir hochgehen? Na gut! Oh, oh, Bob! Geht's auch nicht, die Führung dazu zu machen! Ah? Die kommen hier gleich die Seppenhaus hoch! Yo! Oh, komm! Äh, Jockey! 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 War da auch grad'n Hunter! Ich will den Treppenhaus, Leute! Ich... Alter! Ich hab doch... Alter! Jetzt lass mich durch! Geh mal irgendjemand hier ne Hand frei! Ah! 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 Tja! Allerdings! Ich hab' ein großes Stück abgeschnippelt! Moment, ich muss mich mal kurz irgendwie healen! Au! Ich verzieh mich mal... Ein einsames Zimmer! Wenn mein Mausrad mal mitmachen würde! So! Äh, ich sagte, einsam hab' ich gesagt! Verdamm' ich nochmal! Alles klar! Hinten wir jetzt, Vocke! Mann! Nicht mal mehr in Ruhe healen kann man sich hier! Okay! Jetzt gibst du mir auf'n Sack! Jetzt! Hau! Endlich! Geht du! Ja, entschuld' ich! Mein Gott! Ey! Weißt du! Aufdringliche Leute hier und genau jetzt macht mein Mausrad natürlich nicht mehr mit! Nee, da gibt's doch nicht, ey! John, hilfst du mir bitte mal kurz? Bin ja schon da! Wo seid ihr denn? Da hinten seid ihr! Ich glaub' jetzt... Dave ist vielleicht ein runter zu gehen, oder? Ah, da! Ich trage hier, aber mein Mausrad spinnt schon wieder! Attacke! Geronimo! So, ich meine... Ketten sägen gleich alle! Ich muss mir ne neue Waffe holen auf alle Fälle! Vorsicht! Da ist ein Gastank! Ich nehm' ihn schon raus hier! Ähm... Die Tank mein' ich! Molotow! Molotow war keine gute Idee! Hier ist ein Gastank drin! Ich hab' ja auch woanders drin gemacht, damit wir erstmal Schutz haben! Los! Ab nach oben! Ab nach oben! Treppe hoch! Treppe hoch! Oh! Los! Treppe hoch! Jo! Wo will den Razer schon wieder hin? Ich geh' die Treppe hoch! Wir haben ihn vor den Boomer-Kotsel gekriegt! Stringbomb! Humpala! Ui! Oh-oh! Ich hör'n Tank! Alter! Ich hör'n Krampeln! Alter! Boomer! Nee, der ist hinter uns! Mit uns! Hast du runtergesprungen? Ja! Ja! Er ist runtergesprungen! Er kommt wieder nach oben! Nur alle Donkey kommen! Hilfe! Er hat sich unterledigt! Stirbt! Wer ist eigentlich hier an der Villa warten oder wie sieht's aus? Ja! Irgendwie! Anscheinend ja schon! Oh! Schon wieder Charger! Dankeschön! Smoker! Alter! Smoker! Unden auf'n Tisch, glaube ich ja irgendwo! Ach, was ist das? Ja, ja, ja! Könnt' mir ja alle mal! Hier! Da unten sind Midis! Seh' ich grade! Ah! Jo! So! So! Da hab' ich grad... Ich hab' grad'n Molly hingeschmissen! Scholl! So! Entschleger! Scholl! Fuck ey! Lass mich doch mal wenigstens Chunky hochhelfen, Mensch ist genau hochhelfen! Jockey! Jockey auf mir! Jockey auf mir, Leute! Unten! 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 Ich würde ja gerne runterkommen, aber... ich würde sowieso beim nächsten Mal! Alter, runter Medi Kids nehmen und mich befreien! Und hochheben! Ich hab's gut wieviel ich liege wenn ich hier runterspringe Nicht runterspringen sondern laufen Ich wollt ihr euch noch helfen Na fuck Ich bin gleich down Ganz down Dave Doch was Dave konnte entkommen Dave konnte entkommen Dave konnte entkommen Lord Raider hat's komplett erwischt Das probiert bloß bei Dave ist er irgendwie viel dagegen rum Bei mir steht doch eher verbinden konnte Scheiße Oh Mist Hä der legt mich in den falschen Arm hoch Okay also irgendwie Das ist wenn wir wirklich echt nicht wissen Ob wir jetzt in der Villa Ausharren müssen Müssen wir Ja schön Könnt man jemand Bob heilen Danke Chunkle Ich hatte selber Brot Lisa bitte heilen Bob Danke Ja Elf Wenigstens einer der so freundlich ist hier So go Auf zum Haus Ich überleg ja ich bleib bei der Dings Das heißt sie ja so ein mega weiter Weg ne Ja So Einfach durchblitzen Jojojojo Auf in die Brühe Auf in die Brühe Hier durch Einfach durchmetzeln Mann Wenn man im Wasser nicht immer so langsam wäre Aber ey Hau ab Hau ab Ich bin da mit Charger irgendwo Ist mir egal Ich hab die Hose runter gelassen und bin zum Flitzer geworden Flitzer der sehr schlechten Job macht Schmoker Schmoker der mich hat Schmoker Oh Ja ganz vorne nicht im Haus Warum kommt ihr nicht direkt zur Villa Also noch Medipix und alles Charger im Haus Verdammt Leute Ich dachte wir rennen direkt durch und machen keine Shoppingtour Hallo Dankeschön Wenigstens ist einer Dafür ist jetzt keine Zeit wir müssen weiter Wow Ganz oft Oh Dankeschön Scheiße Ja Meine Güte ich bin halb tot Ich bewege mich nur noch halb so langsam Ach du halb so langsam Bist ja doppelt so schnell quasi Ich glaub wir sollten die Kampagne neu starten Wieso Da 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 Wir können am Gerüst hochklettern Yeah Ich bin voll drauf Yeah Adrin Mit Adrenalin läuft man selbst im verletzten Zustand wesentlich schneller Ja klar Feuerwerk Weil es halt Adrenaline Ja Obwohl ich ja Spritzen hasse Gibt's hier irgendwo Medis? Ja Wo waren die Für mal Und vor Ich lade nach Achso ich hab gar keinen Dings Yay Achtung hoch Ja wir alle Nehmen mir einen Shop Ich glaube draußen gab es auch noch Medis Chunk was machst du denn schon wieder Ja Ich wollte mir draußen Medis machen aber das sind keine Ja Bin schon dabei bin schon dabei Ich bin professionell und gehe voraus das verlangst du doch immer von mir Ich glaub die waren eigentlich waren welche auf den Tischen oder vielleicht haben sie jetzt wieder woanders hin gespawnt Die lagen Die lagen Hier lagen die eigentlich Ja die lagen da auf den Tischen Ja da haben sie schon woanders hin gespawnt Wo wohin ist die Medis? Und wer hat da ne Pipe geworfen? Hier auf der anderen Seite liegen Medis Ich seh schon Die anderen Seite vom im Haus Ach da Ich nehm mal eins mit Liegt hier noch was? Gibt's hier auch irgendwo Munition nachholen? Ja hier oben im Treppenhaus Jaa 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 Nimm dir das andere auch gleich mit. Das ist eigentlich die Musik, die hier läuft. Das war ein B3-Player. Bereit? Ich bin bereit. Ich steh mich in die Hütte zurück. Ich glaub, ich nehm... Ja, Molletoff behalten wir mal. So. Und wo ist jetzt die Muni? Hey, die ist hier oben, am Treppenhaus. Okay. Danke. Nicht blau. Hä? Oh, hat mich denn keiner im Blick hier? Und Dave, lass die Maschinen schon gewehrt. Das nützt nichts. Das hab ich schon gemerkt, als ich mit Shunk hier gespielt hatte. Das war grad super. Ich hab da mächtig viel was umgenietet. Also ich bleib hier im Innenraum. Sag mal, wo rennen die da alle hin? Ach, von hier kommen sie von den Seiten. Alles klar. Ei, 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 ja. Oh, Messerchen. Hey, jetzt können wir Messer. Mit dem Messer geht man hier hoch. Aber ich glaub, ich bleib beim Gravitationshammer. Was würdest du machen? Würdest du den Shortschuh abstechen? Ja, total. Ich will ihn messern, weißt du. Das geht nur mit der Bratenpfanne. Das macht doch keinen Sinn. Nein. Ups. Hab ich schon den, ich die Dings genommen. Egal. Hör mal weiter, so. Huck, läuft doch ganz gut. Oh, kann mal jemand den Eingang hier an? Sorry, Bob. Weg behalten. Ja, ich glaub, das macht Bob. Ja, an sich schon, aber wie gesagt. Wow, Jockey, Jockey, Jockey. Doppelter. Jetzt halt mal zum Nachladen, so. Na. Okay. Ich glaub, von der Seite kommt hier irgendwie nichts mehr. Von hier hinten. Hä? Trotzdem standhaft bleiben, Bob. Standhaft bleiben. Erstaunen. Leute, wo seid ihr? Ach, ihr seid drinnen. Ja, wir haben nun gerade ein Stück. Ja, hab ich nicht so eine Angst. Wir werden mal nie nachladen. So, wo kommen sie? Party time! Rechts. Jawohl. Let's get my take on party. Lass uns mal professionell an die Sache rangehen. Okay. Aha, jetzt kommen sie von den Dächern. Alles klar. Lade nach. Bob, du hast da hinten alles im Griff? Jo, momentan schon, ja. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Komm jetzt von den Dächern auch runter, also vom Dach runter. Die steigen muss aufs Dach. Jep. Wow. Tasha, der mich hat. Tasha. Ich ist genauso braun wie du, ja? Für das Protokoll, es kam sie zu sein. Ja, andere, äh... Ich hab nur im Vergleich gezogen. Achso. Nur damit wir uns nicht missverstehen. Aber ist ja nicht schlimm, ne? Du brauchst da hoch. So eine andere Sache. Ich geh kurz mal runter im Haus, ne? Ich glaub, hier unten gab's Schmollis und Boomer-Kotze. Schmollis? Unten gab's die Schm... Die Moolotov-Cocktails. So. Das hat im Kuhstall gepasst. Tank. Ich mag mich kurz zwischenzeitlich heilen. Ich hoffe, das geht in Ordnung gerade. Sieht ihr mal den Tank schon auf? Äh, rechts musst du irgendwo kommen. Ja, hier rechts. Dankeschön. Jo. Wo ist der Tank? Was kam? Da, wo der Kiesel herkam. Kiesel? Oh, na! Ah! Was ist da? Hä? Er ist oben. Sogar zwei! Es sind zwei! Ich geh lieber hier runter. Äh, wie kann er eigentlich einen Stein aus Holz ziehen? Also hält der sich auch mit Chuck Norrell. Äh, nein! Pui, böser Tank! Du hättest dich doch nicht umdrehen müssen. Au! Au! Aua! Ich bin von dem Tank! Ähm... Und mal jemand hier. Ich versuche mir den Tank gerade auf dieselbe Art und Weise. Hallo! Ich bin unten. Ich versuche, ich bin gerade... Ich versuche auch gerade hochzukommen zu euch. Kein Problem, ich habe es mir bequem gemacht soweit. Ja, ich bin nicht schön aus wie auf die Terrasse. Ja, ich bin nicht schön aus wie auf die Terrasse und... Es riecht nicht gut, aber irgendwie, äh... Ist eigentlich normal, dass ich auf einmal alles so wie früher hab? Ich glaube nicht. Razor, du könntest uns mal aufschleifen. Wenn ich hier gerade mich selbst... Ah, wo warst du überhaupt? Ja, ich bin von den einen Tank geflogen. Ich schlief irgendwie besser, oder Leute? Ich bin es dros. Ja, ich versuche. Vielen Dank.